Man sitzt so gemütlich zu Hause auf dem Sofa und schaut dann vielleicht mal so in das alte Fotoalbum hinein und entdeckt so richtig tolle Schätze. Machen Sie das auch manchmal? Und dann denkt man sich, ach, die Bilder, die hat man ja lange nicht angeschaut. Und dann plötzlich hat man auch so einzelne Bilder und denkt sich, ach, wo kommen die denn her? Schau mal, erinnerst du dich daran, das muss im Urlaub irgendwo gewesen sein, aber wo kommt das denn hier her? Das ist ja, ist das ein alter Negativstreifen? Kannst du erkennen, was da drauf ist? Nee, das sieht man gar nicht mehr. Von wo ist der denn? Das muss noch von woanders sein. Oder können Sie das erkennen, von was der ist? Da haben wir die Bilder überhaupt irgendwie mal belichten lassen oder so. Und hier, was habe ich hier denn noch gefunden? Das sind, glaube ich, Dias. Haben Sie die auch noch zu Hause? Was macht man denn jetzt damit? Man muss doch das erhalten. Das sind doch bestimmt tolle Bilder noch von uns von früher, oder? Ja, und das ist etwas, was die Generation von heute gar nicht mehr kennt. Also ich glaube, wenn du so einen Negativstreifen oder einen Dias, jetzt 18, 20-Jährigen vor die Nase hältst, hat die keine Ahnung mehr, was das ist. Wir wissen das noch. Das ist unsere Erinnerung. Es ist in weiten Teilen unser Leben. Und ich merke das auch immer wieder ganz, ganz eindrucksvoll, wenn ich zum Beispiel mein, ich darf es dir mal führen, mein privates Fotoalbum durchblättere. Dann sehe ich Bilder von Personen, die leider schon Jahrzehnte nicht mehr da sind. Und das hier ist zum Beispiel das Hochzeitsalbum. Es fängt bei der Hochzeit meiner Eltern an. Und hier siehst du, also schauen wir mal hier als Brautpaar. Da gehen wir ein bisschen weiter rechts. Da sehen wir es. Hier, meine Mutter, mein Vater. Wenn wir da in den Gesichtsausdruck nachher schauen. Ich mache das nachher mal ein bisschen größer. Dann werden wir sehen, das war wahrscheinlich schon sehr früh am Morgen. Aber wenn wir mal auf die andere Seite schwenken, sehen wir hier zum Beispiel meine beiden, auch da weiß ich nicht, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Aber hier, das sind meine beiden Urgroßväter. Mein Urgroßvater, väterlicherseits und mütterlicherseits. Und die auf einem Foto sind. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Die beiden sind, ich schätze das jetzt mal, so 1870, 1875 geboren. Boah, wie lang das schon her ist. Also das sind Personen, die habe ich noch als ganz, ganz kleines Kerlchen schemenhaft in Erinnerung. Und dann sind sie natürlich leider irgendwann mal verstorben. Aber jetzt, jetzt finde ich ganz interessant, dass es zurzeit immer mehr Ahnenforscher gibt. Haben Sie das mal gesehen? Fernsehwerbung, wir forschen ihren Stammbaum. Und jetzt habe ich mir gedacht, sag mal, wenn ich jetzt das hier irgendwie konservieren kann, meine Enkelin jetzt, für die ist mein Urgroßvater schon die sechste Generation. Das ist etwas, was unvorstellbar ist. Aber jetzt, wie konserviere ich solche Bilder? Und zwar in ein zeitgemäßes Format. Und da kommt unser Produkt natürlich genau richtig. Dieser Fotodia-Negativ-Scanner, der jetzt wirklich Fotos, aber auch Dia, so negative, wie du sie gerade gezeigt hast, digitalisiert. Und das ist unglaublich einfach. Der ist auch akkubetrieben. Und den schalte ich jetzt einfach mal an. Sie sehen hier vorne am Knopf. Und man kann hier also überhaupt nichts falsch machen. Das Erste, was er mir jetzt anzeigt, ist, ich soll bitte eine Speicherkarte einlegen. Also das ist das Speichermodul. Eine bis zu 32 GB große SD-Karte. Und ich mache das jetzt mal einfach auf der Rückseite. Kleinen Moment, da ist der Schacht. Einfach eingelegt. So, und jetzt sehen wir schon, jetzt kann ich beginnen, Fotos, Dia oder negative zu digitalisieren. Und jetzt, wenn ich den mal hochhalte, sehen wir unten eine kleine Schablone. Da kannst du jetzt lose Fotos reinlegen. Einfach scannen, praktisch hier mit einem Knopfdruck. Was du da reinlegst, ist ganz egal. Das hier dann drüber gehen. Und das hier ist wichtig, dieses Gehäuse, weil wir schauen mal auf die Unterseite. Eine perfekte Ausleuchtung. Etwas, was ich sonst bei Fotos nicht hinbekomme. Vielleicht hat der eine oder andere, ich habe es nämlich selber schon probiert, das versucht abzufotografieren mit Mandy. Es funktioniert nicht. Es ist einfach eine bescheidene Qualität. Oder ich möchte jetzt aus solchen alten Familienstücke, aus so einem Fotoalbum, möchte ich auch Bilder digitalisieren. Ich kann das direkt aus meinem Album, was ich habe, heraus digitalisieren. Das ist hier eben der Riesenvorteil. Bis jetzt musstest du, wenn du digitalisieren wolltest, ein Foto aus einem Album entfernen. Also rausreißen, die waren ja meistens geklebt, das heißt Album kaputt, Bild kaputt, aber die Vorderseite noch sichtbar. Dann in so eine Schablone legen und jetzt hier digitalisieren. Musst du nicht mehr, sondern du kannst es jetzt ganz einfach im Fotoalbum digitalisieren. Das ist ja genial. Jetzt schauen wir uns dieses Foto mal an. Das ist hochkant. Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe hier. Und das werde ich jetzt mal ganz einfach seitlich, weil es hochkant ist. Ich kann das nachher auch im Rechner nochmal drehen. Und jetzt gehe ich einfach mit meiner Box drüber und schaue nach der Richtung. So, und jetzt ist es eingestellt. Ich hoffe, Sie sehen es. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen schräger halten. So wird es, glaube ich, deutlicher. Und jetzt kann ich natürlich auch die Größe noch verändern, wenn es nicht ganz stimmt. Moment, ich muss den Rand ein bisschen hoch machen. Hier, jetzt gerade eben war es optimal. So sehen wir, wäre es zu klein. Aber das ist ganz einfach. Einfach mal eine Einstellung bei jedem Bild machen. Ich tippe jetzt einfach mal durch die ganzen Einstellungen, bis es wieder optimal ist. Das müsste es sein. Probieren wir noch mal einmal. So ist es perfekt. Das ist es. Das ist jetzt perfekt. So, und jetzt digitalisiere ich das mit einem Knopfdruck. Jetzt sehen wir diese kleine, du hast es gesehen, jetzt ist es gespeichert auf der Karte. Das heißt, gesichert für die Ewigkeit. Oder meine beiden Urgroßväter, da gehe ich jetzt mal hin und gehe auch wieder drauf. Wir sehen, ich möchte den Rand nicht digitalisieren. Ich könnte das natürlich später auch auf dem Foto, auf dem Rechner noch bearbeiten, wenn ich das möchte. Muss ich aber nicht, wie besser ich hier arbeite. Obwohl, von Arbeit kann ja nicht die Rede sein. So, und auch das digitalisiere ich jetzt. So, wir sehen, wie einfach das ist. Das Fotoalbum ist noch total intakt. Und jetzt muss ich hier noch ein Wort zu dem Fotoalbum verlieren. Das ist ja eigentlich kein Fotoalbum mehr. Das ist ein Zeitdokument meiner Geschichte, beziehungsweise der Geschichte meiner Eltern. Weil viele Fotos wurden hier ja aufgenommen. Da gab es mich schon lange nicht mehr. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Also Fotoalbum dürfte jedem klar sein, wie schnell das geht. Mit einer Akkuladung bitte übrigens bis zu 700 Scans. Also da kann ich einige Alben hier digitalisieren. Jetzt gehen wir aber mal auf das Nächste. Das, was du angesprochen hast. Dias oder Negative. Jetzt mache ich hier das mal drunter. Wir sehen jetzt das Foto. Aber ich will ja jetzt nicht für Fotos. Das heißt, ich muss umstellen auf Film. Einmal hier Film und einmal hier unten Film. Jetzt sehen wir im ersten Moment natürlich noch nichts. So, jetzt können wir Dias nehmen oder Negative. Da haben wir diese Schlitten dabei. Und da lege ich das ein. Das ist unglaublich einfach. Bei Negativen haben wir ja immer diese Führungslöcher. Und jetzt nehme ich mal so ein Negativ und schiebe es hier rein. Und jetzt können wir schauen, sobald das erste Negativ da ist. Jetzt können wir schauen, wie ist die Bildqualität. Und ich muss es nochmal schräg machen. Da sehe ich ja auch gleich, was auf dem Negativ drauf ist. Das ist ja toll. Richtig. Du siehst es als positiv. Und genau so wird es auch digitalisiert. Es könnte jetzt sein, dass die Einstellungen, Farbe oder Kontraste noch nicht stimmen. Dann drücke ich einfach hier oben. Schauen Sie mal. So, jetzt drücken wir weiter. Jetzt ist es plötzlich das Positiv. Obwohl es gerade eben schon deutlich zu erkennen war. Aber wir gehen trotzdem nochmal weiter. Hier hast du das in Schwarz-Weiß. Und du siehst, so einfach hier noch ein bisschen vergrößert. So lange drücken, bis eben die Ansicht stimmt. Und das macht man eben einmal. Hier sind wir wieder bei dem Negativ. Jetzt beim Positiv. So, und jetzt möchte ich das auch digitalisieren. Mache ich. So, jetzt ist dieses eine Negativ auch. Jetzt ist es digitalisiert. Und du hast vorhin am Eingang was gesagt. Negative, man weiß gar nicht, hat man die damals entwickeln lassen. Das ist eigentlich gar nicht die Frage. Weil die Bilder, die man entwickelt hat, die besten, die fehlen in diesen Fototaschen. Die sind nur noch als negativ, weil die irgendjemand genommen hat. So, dir hast natürlich genau das Gleiche. Aber bevor uns jetzt die Zeit wegrennt, schauen wir uns das ganz kurz nochmal an. Ich schalte jetzt aus, weil dann wird alles gespeichert. Gebe dir die SD-Karte. Und du kannst die jetzt mal bitte öffnen am Rechner. Einfach einschieben. Also heutzutage die Laptops oder Desktop-Rechner, Kartenlesegerät, SD-Karte rein und das einfach abspeichern. Und dann können Sie sich das natürlich direkt am Rechner anschauen. Das ist so ein tolles Gerät, das wir hier haben. Zum kleinen Preis. Also wirklich sehr, sehr toll gemacht das Ganze. Hier für 142,41 Euro. Richtig genial das Ganze. Und das ist die Datei hier, genau. Super genial. Und machen wir das drittletzte Bild auf. Das drittletzte, das schauen wir uns natürlich direkt hier mal an. Super genial. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen noch einmal hier für unseren tollen Scanner, den wir hier haben. Weil das ist natürlich eine geniale Sache. Die NX6103 und die 569, sodass wir das hier wirklich direkt einmal dann, dass Sie das direkt einmal bestellen können. Wir haben aber noch ein weiteres Gerät, das wir uns natürlich auch anschauen. Und das steht hier vorne und da dreht sich dann alles um Super 8 und 8 Millimeter Film. Das ist natürlich noch etwas, das noch vor der Zeit quasi war, als man quasi Bewegtbild dann dementsprechend war. Genau. Also hier haben wir jetzt etwas. Es gab früher so eine Serie, ich muss mal ein bisschen ausschweifen, als die Bilder laufen lernten. Und das waren tolle, tolle Beiträge aus der Schwarz-Weiß-Zeit noch. Und hier kann man eigentlich sagen, das ist für den Privatmann, als die Bilder laufen lernten. Nämlich die Super 8 und 8 Millimeter Zeit. Gott sei Dank zum Großteil auch schon in Farbe. Aber die erste Möglichkeit, private Aufnahmen zu machen. Also das, was heute richtig selbstverständlich ist, hier nämlich Videos zu machen, egal wo. Das war damals noch ein Highlight. Erstens war es eine Erneuerung und es war dann wirklich nur bei ganz besonderen Anlässen, dass Videos gedreht wurden. Also da wurde nicht jedes Mittagessen gefilmt und jeder kleine Ausflug, sondern wirklich die Highlights. Und diese Highlights sind jetzt gespeichert auf diesen Super 8 oder 8 Millimeter Film. Da liegen noch Millionen, dessen bin ich mir sicher, in deutschen Haushalten. Und diese jetzt zu retten. Und da sind wir auch wieder bei der Ahnenforschung im übertriebenen Maße. Das jetzt zu retten, ist unsere Aufgabe und es unseren nachfolgenden Generationen zu zeigen. Hier ist natürlich noch ein Problem. Oftmals sind die Abspielgeräte überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich glaube, in 99 Prozent der Fälle sind die einfach kaputt gegangen im Laufe der Jahrzehnte oder im Technischen Museum gelandet oder einfach mal weggeschmissen worden. Jetzt haben wir hier ein Gerät, was mir nicht nur die Möglichkeit gibt, diese Filme wieder anzuschauen, sondern im Anschauen, im gleichen Atemzug praktisch, die zu digitalisieren. Und zwar in HD-Qualität, Bild für Bild. Und somit habe ich diese Streifen, die ihr mir hier überhaupt nicht sagen, weil da kannst du auch durchs Licht schauen, wie du willst. Diese Streifen mache ich wieder sichtbar. Hier sehen wir so einen typischen Super 8 Film aus. Ich schätze jetzt mal, dass wir Anfang der 70er gehen. Gehen wir mal von 72 aus. Dann sind die jungen Damen und Herren ungefähr mein Jahrgang, wenn sie da sechs, sieben Jahre alt sind. Und das heißt, das ist also schon einige Jahrzehnte her. Und sowas kann eben auch noch bei Ihnen zu Hause liegen. Aber jetzt nicht mit einem fremden Kind, sondern das könnte der Onkel Gustav oder der Onkel Ralf sein oder der Opa Ralf. Ganz, ganz egal. Es sind Ihre Erinnerungen, Ihre Familiengeschichte, Ihre Reise nach Jerusalem, die wir hier sehen. Und jetzt denkt man immer, und das habe ich früher auch gedacht, digitalisieren ist etwas für Fachleute. Muss man Informatik studiert haben oder ähnliches? Und das ist unglaublich aufwendig. Nein, ich mache es jetzt nicht mal selber, ich zeige es dir sogar blind. Du drückst jetzt bitte, der Film ist eingelegt, das ist nicht anders, auf den rechten Knopf. Einmal draufdrücken. So, nur ganz kurz draufdrücken. Genau, jetzt geht er an. Wir lassen ihm einfach eine Sekunde Zeit. Jetzt zeigt er mir schon mal das Bild an. So, und jetzt gehst du auf die andere Seite, drückst einmal auf den linken Knopf. Übrigens Speicherkarte natürlich eingelegt. Jetzt gehst du mit der Pfeiltaste 1 nach unten, da ist eine Pfeiltaste, einmal draufdrücken. Okay, jetzt stimmt die Spulengröße und jetzt drückst du nochmal auf OK. So, und jetzt bitte Finger weg. Der steht da, bitte den Film nicht mehr bewegen. Das war's schon. Das war's. So, und jetzt wird meine Erinnerung hier Bild für Bild digitalisiert. Übrigens, für alle, die diesen Scanner schon begeistert zu Hause haben, kurzer Hinweis, es gibt hier ein Upgrade. Und zwar ein ganz wichtiges Upgrade, wie ich finde, das übrigens bei der neuen Lieferung, die am 15.03. kommt, mit dabei sein wird. Es sind jetzt, also früher waren es 30 Bilder, die hier digitalisiert werden pro Sekunde. Der Originalfilm hatte 18 Bilder. Das heißt, wenn du es digitalisiert hattest, musstest du erst die Geschwindigkeit anpassen. Das Upgrade macht es möglich, dass hier schon automatisch auf 20 Bilder pro Sekunde reduziert wurde. Also Originalzeit, das ist nochmal etwas Herausragendes. Aber wie einfach das auch ist, sehen wir hier nochmal. Und du hast auch zwei Kundenbeiträge, weil wir werden natürlich hier von wirklich vielen E-Mails überhäuft. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber zwei haben wir mal rausgesucht. Lies die doch mal bitte vor. Das ist sehr schön, immer wenn sie uns schreiben. Und wir haben wirklich, wie Ralf schon gesagt hat, viele so begeisterte Kunden und es freut uns immer. Unter anderem hat uns Friedrich geschrieben. Liebe Grüße an der Stelle nach Hausham. Er hat geschrieben, eine relativ einfache für mich als Laie Variante, die jahrzehntealten Schätze der Schmalfilmkultur ins 21. Jahrhundert zu retten, macht richtig Spaß. Die vergessenen, zum Teil über 40 Jahre alten Erinnerungen jetzt auf PC oder Flachbild TV zu sehen. Und das ist genau das. Das ist genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Das sind ja wirklich Erinnerungen, die man da hat. Das sind private Schätze, die man da hat. Seine eigenen, die familiären Schätze dann auch, die man wiederentdeckt plötzlich. Die man endlich auch wieder anschauen kann. Du hast gesagt, es gibt ja zum Teil gar keine Projektoren mehr. Man hat keine Abspielgeräte mehr zu Hause. Und plötzlich kann man diesen bewegten Film wieder sehen. Zu Hause auf dem tollen Fernseher. Kann das dann auch der Familie mal zeigen. Und man entdeckt wirklich auch so viel plötzlich. Das wird sie auch so begeistern. Und vor allem man kriegt Gänsehaut, weil man plötzlich wieder Menschen sieht, die man Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat. Nicht, weil man irgendwie Streit mit denen hat, sondern weil sie einfach nicht mehr da sind. Das ist natürlich der natürliche Weg. Ich habe dir vorhin im Fotoalbum meine Urgroßväter gezeigt. Und ich habe einen Film gescannt. Da sind die beide und noch eine Urgroßmutter bei einer Hochzeit dabei. Ich auch als drei Käsehoch, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ich weiß es nicht so genau. In Lederhosen sieht super aus. Aber hier sehen wir auch mal. Das ist auch wieder für mich ein Film schön. Aber für die Personen, die hier involviert sind, ist das natürlich ein absolutes Highlight. Weil da geht es ähnlich. Überleg dir mal, die Dame, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber die war da 40, 50 Jahre alt. Das ist 40, 50 Jahre her. Also das ist natürlich enorm, dass wir hier solche Sachen nochmal haben. Aber gehen wir auf Mainz zurück. Ich habe also zwei Generationen nochmal in bewegten Bildern auf diesem Hochzeitsvideo gesehen, die schon nicht mehr da sind. Und auch meine Großeltern leben nicht mehr. Meine Urgroßeltern natürlich auch nicht. Überleg mal, Urgroßeltern, so um 1870, 1880 geboren. Meine Großmutter war im Jahrgang 1896. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und jetzt sind wir schon, ich sage ja, meine Kinder, meine Enkelin ist Jahrgang 2012. Überleg dir mal, diese Zeitspann, diese Generationen. Aber unsere Generation ist in der Pflicht, dieses Bildmaterial wirklich zu sichern und für die Ewigkeit praktisch zu konservieren. Bitte, was Sie noch machen, wenn Sie es einmal digitalisiert haben, machen Sie auch nochmal eine Sicherungskopie. Dann ist es nämlich wirklich ewig haltbar. Und hier dieser tolle Filmscanner und Digitalisierer für 313,41 Euro. Die bestellen nun mal die NX 4294 und die 569. Und damit werden Sie so viel Freude haben, weil es sind Ihre privaten Erinnerungen, die Sie da wieder entdecken werden. Das ist Ihre familiäre Geschichte dann auch. Vielleicht Ihren Stammbaum, den Sie da wieder aufarbeiten können, zusammen mit der Familie. Und wir schauen auch nochmal gemeinsam in das Fotoalbum hinein. Schauen auf Ihre Bilder, die Sie natürlich auch erhalten möchten. Gerade so ein Fotoalbum, das ist immer so schön. Seien wir doch mal ehrlich. Sie blättern doch auch immer wieder im Fotoalbum und freuen sich über die Fotos, die Sie da sehen. Sie möchten das alles erhalten. Auch die Dias, die Negative, vielleicht haben Sie auch so Zeitungsausschnitte, die kann man auch digitalisieren. Oh, habe ich auch schon gemacht. Natürlich ist das auch interessant, jetzt auch wenn man nur mal eine kleine Erwähnung in der Zeitung hat, so etwas ebenfalls zu sichern. Also hier natürlich unser, als erstes Modell hatten wir den, unseren Foto-Dia- und Negativ-Scanner, der jetzt auch Fotos direkt aus dem Album scannen kann. Und zwar in allerbester Qualität digitalisieren und damit sichern für die Ewigkeit. Sie sind plötzlich wieder bearbeitbar. Ich kann, und das würde ich Ihnen auch ans Herz legen, wirklich auch wirklich Stammbäume hier dokumentieren und die wirklich für die Ewigkeit sichern. Und so haben meine Urenkel, Enkel und alle nachfolgenden Generationen werden mich mal irgendwann mal noch sehen. Das war unser verrückter Vorfahre. Die NX6103 und die 5691 Bestellnummer für unser 3-in-1-Gerät, Fotodia und Negativ-Scanner, jetzt schon ganz beliebt. Und hier nochmal unser Super 8 und 8 Millimeter Filmscanner und Digitalisierer für ihre Super 8 und 8 Millimeter Filme. Mit 313,41 Euro da jetzt der TV-Sonderpreis. Ach, der ist ganz heiß begehrt. Ja, viele haben diese Filme noch zu Hause und möchten die natürlich auch vor dem Verfall retten, die Erinnerungen für die Ewigkeit erhalten. Und das können Sie jetzt tun. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ja, und ich glaube, ich habe auch gezeigt, wie einfach das ist für jeden Laien. Und es macht unglaublich Spaß. Später, übrigens, das ist sehr zeitaufwendig, das muss man sagen, einfach abends hinstellen, laufen lassen. Am nächsten Morgen ist der Film durchdigitalisiert. Und dann kann man sich sogar direkt auf diesem Scanner, kann man sich das Ergebnis des flüssigen Films wieder anschauen. Und da lohnt es sich jetzt noch ein paar Tage drauf zu warten, weil, wie gesagt, die nächste Lieferung kommt in wenigen Tagen. Am 15.03. ist der Liefertermin und da aber jetzt schon auf die Vorbestellliste, damit Sie da auch berücksichtigt werden können. Natürlich, ja. Und dann können Sie schon mal die tollen Super 8 und 8-Millimeter-Filme raussuchen und können sich freuen, dass Sie die dann bald wieder so schön anschauen. Im Kreise der Familie vielleicht auch. Das macht ja unglaublich viel Freude dann auch, wenn man die dann erstmal wieder sieht. Und oft waren die ja auch spärlich beschriftet. Da weiß man ja oft gar nicht, was da draufsteht überhaupt, was da zu sehen ist. Und dann sitzt man da gespannt vor. Und Sie können Ihre familiäre Geschichte wiederentdecken, sehen natürlich auch Menschen, die Sie wahrscheinlich lange nicht gesehen werden. Und da wünschen wir Ihnen schon ganz viel Freude mit.